hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play minecraft hunger games heute wieder mit dem Denny dem Willi und mit mir Hallo Leute Acker aber wie heißt du noch mal in den Anfang dessen Welt aus dem um die Rechen werden ich in Sonne Kloppel ja auch Peter Wicke sie will ich bin schon mal hinter dir das schon mal nicht schlecht das kann man machen, so können wir ja anfangen. Habt ihr mal schon Bäume gemacht? Nee, ich hab drei. Bin grad dabei. Ich hab drei heute. Weil ich das immer nicht aufsammeln kann, was runterfällt. Ich kann immer nur einen Block abbauen. Hm, heute Abend ist der Kapit, super. Hm, nom 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 nom. War das für schön dunkel? Wieso wird das jetzt schon dunkel? Okay, ich hab jetzt sechs Brücke, das reicht mir erst mal. Okay, ja, ich hab jetzt ein paar Pilze, das reicht mir erst mal. Ja, jetzt haben wir jetzt auch noch ein paar Pilze und dann machen wir uns mal auf. Sonne, wo ist die Sonne? Steht ganz tiefe, aber noch da. Ja, siehste. Oh, die geht immer tiefer. Richtig. Ah, sieht immer tiefer. Ah, Schlucht. Verdammt. Sag bloß, du bist reingefallen. Nee, nee, nee. Nein, nein. Oh, das war mega knapp. Boah. Ey, da ist ein Hexenhaus. Alter. Geh weg vom Hexenhaus, die macht dich fertig, die Hexe. Ja, da ist grad so ein Typ, der lenkt sich ab. Leune, Schlucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bist du reingefallen? Nein. Dann war es genau die Schlucht, wo ich auch gerade eben war. Ich bin auch übergesprungen. Also, das ging schon. Aber wenn man nicht aufpassen muss, ich bin eke, ich guck zum Hexenhaus, dreh mich um und plötzlich ist da dieses Ding. Oh man, ich krieg schon wieder Hunger. Ah, jetzt kämpfen. Kämpfen, hat Anni sagt. Jetzt müssen wir schnell weg. Ähm, ich bin jetzt in der Schneewelt. Schnee? Warte da. Wir treffen uns in der Schneewelt. Ich seh die auch gerade. Lol, ich hab jetzt schon Hunger. Alter, wie schnell war ich denn Hunger? Nee, das ist wie Sprinten. Und ich so, vor allem nicht springen, aber... Willi, ich seh dich. Echt? Ist hinter mir einer, äh... Nein, nein, nein. Hinter mir ist einer. Ich bin vor dir. Deck mich mal, bitte. Ich hab mich jetzt im Boden eingegraben, weil genau... Alter, was ist denn hier gerade los, ey? Nein! Guck mal, ey. Sag nicht, du bist tot. Nein, aber... Willi, lass jetzt mal hier was suchen. Okay, wir gehen einfach in die Schneewelt und bauen noch ein Stück ein. Denny, wie weit bist du denn? Denny? Ich bin von dem Typen hier weg, der will mich, äh, verschont nicht gerade. Ist sehr gut. Würde er noch bereuen. Ich sag einfach mal Team. Willi, wo bist du? Bist du schon weitergelaufen, oder machst du noch den Baum? Ich bin noch beim Baum. Okay, Willi, lass los, weich. Ich will hier auch für eine Höhle oder so suchen. Ach, Schnee. Ich lauf mal hinter dir her. Mal gucken. Ich bring mal jemanden mit. Ja, hinten brennt und was? Ich hoffe, dass kein... Kein Spieler. Ich hoffe, dass ein Spieler. Ich bring mal jemanden mit gerade, ne? Also... Ja, ist da einen eingeladen? Einfach mal so zu uns, Herr Ruppa? Ja, weil der hätte mich sonst gekillt, garantiert. Was? Zum so'n romantischen Dinner. Zum romantischen Dinner. Genau. Oder ein Picknick ja hier draußen. Ein Picknick zu zweit. Willi, wollen wir uns hier was in den Berg schlagen? Ich hab mal hier, hast du gerade eine Höhle gefunden. Ach, geil. Ist ja ein Traum. Nee, das ist ein Schwein. Ja, dann nehm mal mit. Schwein. So ein Penner. Was ist das? Ist das ein Penner? Ich frag den Team. Ja, und dann killt er mich. Tja, ist doch schön. So, bist du zu zweit. Denny spielt mal wieder super. Das ist Spaß noch, wahr? Denny, ey, du bist so ein Noob. Schwein der Pilz. So ein Penner läuft die ganze Zeit mir her. Ich find's lustig. Und dann hat er den Wald gefunden und bringt mich um. Alter. Was für ein Arsch. Schräg. Ich glaub, jetzt sieht man alles auf YouTube hier. Ich sehe selber nix. Na dann. Ich bin nemal weg. Auch so Reinhardt? Okay. Ja, also. Ihr könnt ja dann wieder anrufen, wenn ihr tot seid. Wieso, macht einfach auf Stumm oder so. Ach, da ist jetzt gesagt. Ja, mein ich ja. Ich brauchst jetzt zu. Wir brauchen Kohle. Ja, ich hab's schnell zugebaut. Wir brauchen vielmal Kohle. Ich sehe hier gar nix mehr. Warte mal, ich muss mir erstmal Stickies machen. Äh, ja, Stickies, genau. Wir brauchen Kohle, hallo. Ja, bin schon dabei. Erstmal, ich muss erstmal ne Spitzhacke machen. Ach, verdammt. Verdammt, ich sehe dich. Okay. Ach, super, Luke ist tot. Oh, Willi. Bitte, bitte, bitte. Bitte sing weiter. Ja, gut, mach ich. Mach ich auch gerne für euch und für dich. Na, haha. Ich weiß ja nicht, ob es die Zuschauer hören wollen, aber... Natürlich wollen die das. Da bin ich nicht so sicher. Ich sehe keine Kohle. Opan kannst natürlich gerne singen, dagegen hab ich gar nicht. Scheiße, jetzt hab ich mich grad ein bisschen selbst verwirrt. Opan, singen, darf ich singen? Das ist natürlich super gut. Weil Opan ist mein Hobby. Ja, weiß ich doch, weiß ich doch. Du immer in der Schule oder unter der Dusche singst da einfach mal eine Oper, eine vierstündige. Komplett durch. Ja, klar. Du nicht? Eher selten. Achso. Na ja, man hat nicht mal Zeit, meinst du, ne? Ja, ich stehe selten vier Stunden unter der Dusche, aber wenn, dann singe ich auch schon so ein Ding mal durch. Ich weiß nicht, aber ich glaube, hier ist es ein bisschen dunkel. Meinst du? Nö, eigentlich nicht. Ich sehe alles. Ich meine, das ist meine Steinscher Pizzacke. Ich brauche unbedingt Kohle, ey. Ich hasse es, wenn hier keine Kohle ist. Ja, ich bin schon am Suchen. Meine FPS schreibt Dream5Kill. Und wir sind noch 29 Leute. Für den Dreaming-Scheiß. Was? Ey, es kann doch nicht sein, dass es hier gar keine Kohle gibt. Oh, da haben wir ein bisschen Pech gerade. Na, das wäre jetzt mega scheiße, weil ich müsste auch mal bald was essen. Äh, achso. Ich habe bloß noch zwei Keulen. Achso, warte, dann koche ich mir mal schnell mein eigenes Süppchen. Der macht ja mal ein Süppchen. Soll ich dir gleich mal ein paar Süppchen mitmachen? Nee, nee, erstmal, ich habe genug selber. So, Pilze und Pilze. Ja, was kann ich denn einfach mal so machen? Ach, wieso muss ich denn die allerinzeln? Ach. So, mal ein bisschen künstlich dicht. Ich habe das mal ein bisschen künstlich dicht gemacht. Das ist sehr schön. Hast du noch eine Decke gebuddelt oder was? Nee, ich habe den Ofen angemacht. Achso. Achso, mit Holz, wa? Ah, ja. Na, jetzt sah aus. Scheiße. Das hast du dabei gebraucht. Warte mal, ich kann ein bisschen Holz reinwerfen. Mach mal oben was da drin. Das ist mal... Ey, das ist natürlich Hammerscheiße. Ja, das ist... Das ist mir keine Pistole hier, wie du wirst, ey. Das ist mega nervig, ey. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt waren wir hier schon in so einer Mega-Höhle. Ja, so eine Riesen-Höhle hier, ey. Also, habe ich noch nie größer gesehen. Nee, absolut nicht. Also, das ist ja auch... Auch diese Schluchten, die sind unglaublich. Unbegreifbar hier. Ich habe Eisen gefunden. Ja, das ist schon mal... Schon mal halbwegs gut. Ist schon mal ein Anfang, wa? Ja, theoretisch schon. Aber Kohle wäre natürlich auch nicht schlecht. Nee, ich habe Kohle. Das ist natürlich super. Machen wir eigentlich eine Fackel. Fackel mal in die Gegend. Wie viel Holz hast du noch? Danny hätte eigentlich ganz häufig mitbringen sollen. Ich habe noch 30 Holz oder so. Ich finde gerade mega viel Kohle. Für die Leute, die sich gerade fragen, warum wir eigentlich hier den Ofen mal vorher mit irgendwelchen Clean Stones machen, das machen wir nur, damit wir noch sehen hier unten einfach überhaupt irgendwas. Kurzzeitig. Das ist immer noch besser. Sieht man das dann überhaupt in der Aufnahme? Nee, hier ist so dunkel drin. Hier sieht man fast gar nichts. Das muss eigentlich mal deinen Scheiß hier hochkommen und deine Kacke. Ah, ja Mann, ich bin auch schon dabei. Fackel die Höhle ab. Ich hatte doch mal zwei Sekunden, ey. Ja, zwei. Oh, hier, jetzt habe ich dir hier 14 Holz reingemacht. Äh, Kohle. Ja, ich würde nur Fackeln haben, Mann. Ach so. Na. Egal. Jetzt hast du sie mir geklaut. Ja, ich lege die Reste wieder rein. Mach nur drei, dann mache ich jetzt Fackeln schnell. Hast du Fackeln gemacht? Okay. Ja, ich mache jetzt Fackeln. Dann lege ich jetzt erst mal Eisen rein. So, ich hole jetzt noch weitere Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Was darf man gar nicht sagen, glaube ich? Was? Das darf man gar nicht, gar nicht, gar nicht machen im Let's Play. Hier, Kohle, Kohle. Ach, stimmt. Soll ich mal vielleicht sagen. Dann kommen die gleich wieder alle. Hey, ihr macht voll Gronkh noch. Was? Gronkh? Wer ist das denn? Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Du auch nicht, ja? Ist mir gerade so eingefallen, der Name. Ich wollte einfach mal irgendeinen Namen sagen. Achso, ja. Ist bei mir auch immer oft. Ich hätte auch Peter oder Schulz sagen können. Ist genau das Gleiche. Das ist doch nicht Peter, ey. Peter ist auch von woanders. Ach, scheiße. Stimmt. Dann dann eben Herbert. Ach, Herbert. Herbert, den kenne ich. So, einfach mal hier reinmienen. Warum auch nicht? Hier keine Höhle gehabt, aber hier ist ja keine Höhle. Findet man hier Diamanten? In dem Wettbewerb. Diamanten? Na, so hoch auf jeden Fall nicht. Nein. Hier hat keiner in den Kommentaren geschrieben. Ja, in den Kommentaren sag ich schon. Hier in den, in den, im Chat, Mann. Im Chat. Ach, im Chat hatte den er geschrieben. Was für ein Loop. Wieso ein Loop? Das ist eine richtigste Frage meiner Meinung nach. Ach, ich finde hier nichts. Ich habe hier... Was? Was war das denn? Hallo? Warst du ja noch da? Ja. Hast du das gehört? Ja. Was war das denn? Alter. Ich habe keine Ahnung. Das hat sich sehr komisch angehört. Jetzt mal ernsthaft. Was war das? Keine Ahnung. Das war ein Daddy. Ah, Danny. Ich habe ja jetzt gerade fast schon gedacht, dass es Danny war. Aber irgendwie möchte ich das nicht haben. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch weiter Steine abbaue. Weil hier finde ich wahrscheinlich eh nichts. Tja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, Eisen hast du schon rausgenommen. Okay, wunderbar. Achso, ich kann hier hier nochmal sieben Kohle reinwerfen. Den brauche ich jetzt immer nicht. Hier, äh, nehmen wir das Eisenschwert. Willi, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Fork. Gut. Alter, ich bin fast erschrocken, ey. Mal das Ding hier wieder zumachen. Alter, ich hab Gott. Alter, der kommt ja immer in der Rind, ey. Hat der was mitgehabt? Ja, ich habe auch mir bloß so gedacht. Hat der was bei gehabt? Ja, ja. Richtig viel. Echt? Ja. Alter, der kommt hier. Ich habe mega viele Pilzsuppen bekommen. Pilze hat er auch mega viel in der Rind. Nehmen wir das Schwert. Ich habe mir gerade ein Schwert hingeworfen. Ähm, ja. Das war ich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, wo du das hingeworfen hast. Ich habe das, genau, du hast das immer in den Tag, aber ich schon. Ja, ein Steinschwert. Ne. Ah, nee, hier ist Silber. Jawohl. Ähm. Soll ich dir mal noch ein paar Pilzsuppen irgendwie hinwerfen? Oder hast du genug? Äh, ich habe noch genug. Ich bin egal. Ich habe mich gerade rausgebuddet, aber hier ist echt dunkel. Ich gehe mal wieder rein, lieber. Ich glaube, ich werfe mal das Fleisch in den Ofen, dann haben wir mal was ordentliches zu essen. Oh ja, das hört sich doch mal gut an, ey. Nicht diese Pilzuppe, die ich ständig essen, ey. Seit Monaten hier in der Höhle und nur Pilzuppen, ey. Diese unnahafte Scheiße. Mann, Mann, Mann. Was machst du da eigentlich? Keine Ahnung. Aber wir müssen was bauen. Okay. Ähm. Ich bin mal dafür, dass wir noch Eisen suchen. Ja, aber da will ich irgendwo anders hingehen dafür. Das ist mir jetzt zu langweilig hier. Ähm. Können wir ja sofort machen. Ich baue mein Inventar nochmal anders. Ich höre schon wieder Zombies. Das ist gar nicht. Ja, es ist gerade Dingens auch Nacht draußen. Eisen, jawohl, jawohl. Kompass Pointing at Visto. Alter, es ist auf Default, kann man fast gar nicht sehen, wo die Kompassahle hinzeigt. Ist ja total eklig. Ja, wir spielen Default, weil ein neues Update rausgekommen ist. Und ich habe noch nicht, also Spugs ist noch nicht geupdateet. Und deswegen spielen wir ja noch Default. Ne? Ich hätte auch mal lieber Default spielen sollen, weil bei mir ist die Kompassnadel einfach nicht mal vorhanden. Super. Also. War nicht schlecht dann. Warum stehst du jetzt in mir, verdammt? So jetzt. Ich stehe immer in dir. Ich stehe über dir. Du stehst höchstens auf mich. Oh. Alter, das war ein Creeper. Alter, ich habe mich gerade tödlich erschrocken. Wo bist du denn? Wo bist du hingelaufen? Ich baue mich hier ein bisschen raus. Ach, da bist du. Alter, ich habe mich gerade erschrocken. Ey, das wäre es jetzt gewesen. Boom. Du hast dich mit Flügel in die Luft gesprengt. Boom. Nein, das wäre natürlich super gewesen. Ich meine, es wäre nicht so, als ob wir schon 100 Mal versucht hätten aufzunehmen und immer auch was passiert ist. Mal wieder. Das hat überhaupt nicht geklappt. Denn jetzt stirbt Danny schon wieder am Anfang. Das war scheiße. Ja, ist auch schon wieder totaler Mist. Eigentlich schon, eigentlich schon. Egal, wir machen trotzdem weiter. Ja, das müssen wir jetzt. Danny kommt ja dann gleich im nächsten Spiel dazu. Joa, vielleicht auch nicht. Dann wird das wieder gehen. Ich bastel uns gleich mal ein paar Eisentzüchchen. Boah, ist nur Eisen her. Ich habe doch gesagt, ich habe Eisen gefunden. Wir müssen mal Eisen gefunden, das ist doch nicht schlecht. Hört sich doch ganz gut an. Mann, Mann, Mann. Aber erstmal muss ich eine Küste bauen. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich noch Sinn hat, hier unten weiterzubauen. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Lass es doch jetzt einfach. Ja, ich will eigentlich rausgehen, aber draußen ist gerade tiefe Nacht. Und ohne Rüstung ist mir das ein bisschen zu gefährlich. Warte mal, ich stelle hier mal. Ich kriege es nicht hin. So, jetzt. Aber mega gut, dass wir diesen scheiß Typen da gekillt haben. Das ist super lustig gewesen vorhin. Ja. Kommt einfach mal reingefallen und boom. Und ich das noch gar nicht so ritualisiert. Auf jeden Fall war ich so, hä? Du hast doch einen ganz anderen Skin. Ich nur noch raufgehauen. Und dann war er weg. Ja, ich auch so, Willi, Willi, Willi. So, warte mal, ich bastel uns jetzt erstmal ein paar Schüchen. Ein Schüchen? Ein paar Schüchen. Ein Schüchen. Ach, Mist. Wir brauchen noch. Warten wir noch. Brauchen wir denn noch? Auch zwei Eisen brauchen wir. Ich habe noch einen. Ich kann es mal hinwerfen hier. Schmeißen wir mal wieder hin. Dankeschön. Ja, jetzt habe ich drei Eisen und vier brauche ich. Verdammt. Kann sein, dass ich gar kein Tonhöre von MeinKauft? Hör mal kurz auf. Wieso? Weiß ich nicht. Ich kann mein Kopf-Ton. Ich schmeiße jetzt erstmal Schüchen hin. Warte mal kurz. Hö, hinter dir. Da vorne liegen sie. Dann hast du jetzt erstmal Schüchen. Geh mal hier lang. es ist nach kühlen und die blühen so weg was passiert schwarz ist passiert schwarz wie noch mein körper abgeschmiert ja warte mal kurz noch nicht noch läuft aber aber eigentlich nicht ach scheiße ficken fack fack fickity fick fack auch näher oder mein doch es ist abgeschmiert also noch stehst du hier und guckst auf dein kopf und jetzt ist hier auch noch minecraft abgeschmiert ja ich würde mal sagen das war dann für heute wir werden wahrscheinlich morgen oder so wieder aufnehmen und dann mal wieder eine längere folge hochladen und ja mal gucken eine richtige folge vor allem weil das war wieder eine kleine failaufnahme von uns aber das ist uns jetzt egal weil wir haben keine zeit mehr deswegen müssen wir das jetzt hochladen und das machen wir auch gerne da könnt ihr mal sehen wie alles auch mal schief geht wie es nicht laufen sollte aber gut das ist auch mal zum demonstrieren oder genau muss auch mal sein kann man nicht ändern und mit unseren also für unsere verhältnisse mit unseren computern sind wir eigentlich froh dass was überhaupt irgendwie hinkriegen ja ich muss eigentlich noch sagen dass mein laptop mit dem ich normalerweise aufnehme ach ja einfach mal kaputt gegangen ist und ich habe jetzt einfach meinen pc irgendwie am fernseher nicht steppselt und dann jetzt irgendwie alles improvisiert jetzt alles voller kabel in mein zimmer und nur damit wir noch aufnehmen können es ist extrem kompliziert also es ist eigentlich irgendwie alles schiefgegangen das ist unglaublich ja es geht alles kaputt das ist ganz traurig eigentlich egal wir sagen wir mal bis zum nächsten mal bis zur nächsten richtigen aufnahme wieder und das war jetzt einfach mal ein kleines schmankel auch von mir tschüssi kowski wieso auch von mir ich habe noch gar nicht gesagt ich sage jetzt tschüss natürlich hast du tschüss gesagt ich habe gesagt schmanke ich habe gesagt schmanke gut jetzt von mir ein schönes tschüss tschüss